Wir haben schon länger umgestudiert, was wir überhaupt machen wollen, was bei uns die Zukunft hat. Wir haben gesagt, wir würden uns weiterhin auf unser Kerngeschäft spezialisieren. Wir wollen einen Monimast-Saal bauen, der möglichst hohen Komfort für Tiere bildet. Ein Tier, das nicht gesund ist und das nicht wohl ist, hat auch keine Zunahme, das rendiert auch nicht für uns. Darum waren die Tierkonform und die Gesundheit der wichtigste Punkt. Zum einen ist die Luft sehr wichtig. Die Liegenflächen, die eingestreut sind, sind auch gelenkschonend. Das war eigentlich das Wichtigste. Die Firma Moser habe ich an einer Messe gesehen, wo sie ihre Einrichtung ausgestellt haben. Das hat mir sehr gefallen. Wir haben gesehen, dass sie alles selber in der Schweiz schweissen. Also die Einrichtung ist alle auf Mass angefertigt. Und das hat mich dann überzeugt, dass es wirklich auch nicht einfach Stangen war, die irgendwo sonst herkommt. Sondern es ist Qualität, es ist gut gemacht und es ist alles so, wie ich es wollte. Und nicht einfach viel Kompromisse. Ich habe auch mit Moser geplant. Und da haben wir auch die ganzen Vorarbeiten für die Behörden gemacht. Als wir dann effektiv ins Bewilligungsverfahren gegangen sind, habe ich die ganzen Unterlagen alles bekommen. Und als wir es eingereicht haben, habe ich innerhalb von drei Monaten Baubewilligung gehabt. Das habe ich nie gerechnet damit. Aber ja, das hat halt auch einen Zusammenhang damit, wie komplette Unterlagen sind. Und wie gut das Material ist, das man den Behörden anbieten kann. Für die Grösse, dass es effizient ist und dass man auch möglichst viel von der Halle ausnutzen kann, muss eine automatische Fütterung rein. 500 Tiere sind nicht in fünf Minuten gefüttert. Und dann haben wir verschiedene Systeme auch angeschaut. Dort war überall ein bisschen das Problem, die verschiedenen Mischungen, die wir machen müssen. Und die Ausmasse, die wir haben. Und das andere ist, wir haben gesagt, wir wollen nicht zwei verschiedene Systeme zum Streuen und zum Füttern. Wir wollen eins. Und das soll möglichst einfach sein. Und eben dadurch, dass wir das beim Oser mal gesehen haben, mit diesen Fütternbändchen, haben wir das auch angeschaut und haben wirklich gesehen, dass es sehr schnell ist. Also in einer Stunde ist der ganze Stall gefüttert mit diesen vier Mischungen. Und dann hast du drei Stunden eigentlich über einen Tag verteilt, was dann das Futter macht. Gemischt und verteilt. Die Fütterung kann mehrere Abläufe gleichzeitig machen. Also das heisst, zum einen, wenn das Futter auf das Förderband kommt vom Mischwagen, dann kann er die nächste Mischung schon vorbereiten. Und das heisst, dass er ist bis zu zwei Mischungen gleichzeitig am verteilen und am machen. Und das andere ist, mit dem Strauen kann er auch mehrere Bänder gleichzeitig laufen lassen. Wenn eine Bucht eingestreut wird, wird eigentlich ein Strauen für die nächste Bucht schon aufs Band gelassen. Und wird mit der Abzweigung umgelegt, dass es eigentlich schon bei der nächsten Bucht ist, bevor die letzte Bucht fertig streut ist. Und ich muss sagen, das ist wirklich super, das funktioniert sehr gut. Es ist imposant zum Zuschauen, wenn so das Strall kommt, wenn so das Futter kommt. Und das ist wirklich sehr spädie, tief und schnell. Und ja, da braucht man natürlich den ganzen Diesel nicht mehr. Man braucht dafür ein wenig Strom. Aber das ist nie in einem Verhältnis zu dem, was man vorher auch an Ausgaben hatte, an Aufwand hatte. Also, ich würde jedem empfehlen, wenn man automatisiert, mindestens auch an das Streuen denken. Hinten drei hat man vielleicht das eine oder andere etwas angepasst, aber das ist immer so. Ja, es ist schliesslich das erste Mal, wenn man so etwas baut. Aber das sind Details, das ist eine Kleinigkeit, die es halt gibt. Aber alles andere, muss ich sagen, ist wirklich sehr gut geplant gesehen. Auf jeden Fall würde ich den Moser ja weiterempfehlen. Er ist gut, er ist flexibel. Also, mir hat es gepasst.